Hat's geschmeckt? Isst Gutes und spricht darüber. So wie Florian Holzer und seine Gäste in der neuen TV-Show vom W24. Hat's geschmeckt! Wiener und Wienerinnen stellen ihre ganz persönlichen Lieblingslokale vor. Ehrlich, ohne Schnickschnack, genauso wie es jeder von uns erleben würde. Vom einfachen Wirtshaus bis zum angesagten Szene-Lokal präsentiert euch Hat's geschmeckt, die Lieblingslokale der Wiener. Und wenn du dein Lieblingslokal auch vorstellen willst, dann melde dich gleich an. Hat's geschmeckt? Neu ab 29. April auf W24.